Ich hatte ein Gespräch, das glaubst du nicht. Da war jemand, das fand kein Ende, dass die Person gelabert hat. Und jetzt geht es darum, wie rede ich weniger? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Genial Reden. Und dazu gehört auch mal zu wissen, wann mache ich mal die Klappe zu. Kennst du Menschen, die es überhaupt nicht schaffen, mal den Mund zu halten? Die labern dich zu und das nimmt kein Ende und immer noch mehr und mehr und mehr und mehr. Aber es ist doch auch mal schön zu sagen, nein, ich rede weniger. Und möglicherweise hast du hier dieses Video angemacht, weil du sagst, ich will nicht mehr so viel reden. Ich möchte, aber ich kann irgendwie nicht. Dann habe ich hier einige Tipps für dich, dass du es schaffst, weniger zu reden. Und das Erste und wahrscheinlich Schwierigste ist, diszipliniere dich selbst. Nimm dich mal selbst zurück. Zuhören ist hier das Schlagwort. Einfach mal zuhören. Was haben denn andere zu erzählen? Nimm dich mal zurück. Lehn dich wirklich zurück. In dem Moment, wo du dich zurücklehnst, machst du körpersprachlich schon mal eins. Du signalisierst, hey, ich bin hier ganz entspannt. Ich bin hier nicht im Mittelpunkt. Wenn dein Körper nach vorne kommt und du immer wieder hier, bäm, 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 dann bist du immer der Aktivposten. Wenn du aber sagst, hey, schön, ach, gucke an. Nee. Wow, das ist echt spannend. Dann bist du schon in dieser zurückhaltenden Position und es geht um Zurückhaltung. Weniger reden heißt, sich zurücknehmen, zurückhalten. Und deswegen achte drauf und höre einfach mal zu. Hör einfach zu, was hat die andere Person zu sagen, die anderen Personen nennen. Ja, je nachdem, 1, 2, Mehrzahl. Und hör einfach hin. Und möglicherweise sagst du jetzt, ja, ich versuche das schon, aber dann kommt irgendwas und dann muss ich einfach reden. Und wieder Disziplin. Fang an, dich zu disziplinieren und zu sagen, nein, ich höre weiter zu. Und dann kannst du eins machen. Wenn du dann ein Stichwort gehört hast, kannst du sagen, oh, das finde ich gerade klasse. Du hast gerade das und das gesagt und dann kannst du dazu doch etwas sagen. Und am Ende deiner Ausführung, ja, machst du eins. Am Ende kommt, genau, du kennst es, ne, kommt die Frage. Am Ende kommt eine Frage, dass du das Gespräch wieder rüber gibst zum Gesprächspartner. Wichtig ist, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, mehrere, wie auch immer, die reden. Du hältst dich zurück. Du bringst einen kurzen Redebeitrag und stellst am Ende eine Frage. Durch die Frage gibst du ganz klar das Wort ab an die Gruppe, an deinen Gesprächspartner, an die Gesprächspartnerin. Und dadurch wissen die, ah, jetzt sind wir dran mit reden. Und du weißt, Klappe zu. Und das ist einfach spannend. Wenn du das hinkriegst, ich verspreche dir, du wirst merken, wirst du automatisch weniger reden. Wichtig hierbei ist, du musst die Disziplin aufbringen, dich ganz klar zu reglementieren. Und deswegen haben wir schon zwei Sachen. Richtig gut hinhören, stelle Fragen. Und jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben, akzeptiere, dass andere Menschen wichtiger sind, als du es bist. Ich habe es gerade schon gesagt, nimm dich zurück. Sag doch einfach mal, ich stelle dich in den Mittelpunkt. Ich gebe dir jetzt das Wort. Und hier auch wirklich ganz klar zu sagen, ich nehme mich zurück. Du bist wichtig. Du bist die wichtige Person, nicht ich. Das ist nicht so einfach, weiß ich. Aber du musst es üben. Und wenn du es übst, wirst du immer wieder merken, hey, stimmt, das geht ja. Wow, was andere zu erzählen haben, interessant. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, weil du so viel redest. Und deswegen ganz wichtig, gib anderen die Größe, stell andere ins Licht und du wirst merken, das funktioniert. So, ich habe gerade schon kurz angesprochen. Stell bitte Fragen. Wenn du Fragen stellst, stellst du andere Personen automatisch ins Licht. Ja, wenn du offene Fragen stellst, Mensch, sag mal, wo wart ihr denn dieses Jahr im Urlaub gewesen? Wie hat es euch dort gefallen? Was war denn ganz besonders toll im Urlaub? Keine Ahnung, was du für Fragen stellst. Aber das zeigt Interesse. Und du wirst merken, dass diese Person in diesem Gespräch war, so, Mensch, wir haben einen tollen Abend gehabt. Ein tolles Gespräch. Ach, das hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und jetzt bitte, du stellst nicht nur Fragen, das ist kein Verhör. Aber im Gespräch ist immer wieder, am Ende kommt eine Frage. Am Ende kommt wieder eine Frage. Ganz wichtig, dass du dich daran hältst, weil sonst fällst du wieder in dein altes Muster rein und fängst wieder an zu erzählen. So, und dann bitte, wenn andere Menschen dann etwas erzählen, lass sie im Redefluss. Du suchst dir dann ein, maximal zwei Stichworte oder Keywords, nennen wir sie so Keywords und zu denen fragst du was oder sagst was. Jetzt kommt er, ja, wir waren im Urlaub auf Sizilien und das war wunderschön. Oh, ihr wart in Sizilien, das ist ja klasse. Du, wir waren vor zwei Jahren auch mal in Sizilien gewesen. Ach, und das war so schön. Und der Hafen dort und die Schiffe. Weißt du nicht, wart ihr denn mal im Hafen gewesen? Wie viele Schiffe lagen da so? Ach, du, da liegen. Ach, und wir haben geguckt, wir sind sogar mit einem gefahren. Und geht wieder der Redefluss weiter. Nochmal, es ist kein Verhör. Auch du hast den Redeanteil. Aber schieb den zurück, zieh den zurück, wie immer du das siehst. Aber der Redeanteil ein bisschen runterfallen lassen. Man sagt so in der Beraterbranche, 30, 70, 20, 80 ist was Gutes. Und die 30%, die 20% sind bei dir. Die 70, 80% sind auf der anderen Seite. Wenn du sagst, das ist mir zu viel, dann übe einfach. Komm langsam runter. Wichtig ist schon mal, 50, 50 mindestens. Gerne noch ein bisschen niedriger, sodass du noch viel mehr Redeanteil hast. So, ich schau auf den Zettel. Was haben wir noch? Ach, unbedingt. Wenn du zeigen willst, dass du weniger redest, dann mach bitte Pausen. Wenn du dich unterhältst, dann rede langsam und baue Pausen auf. Wenn du immer so redest und du bist ganz schnell und dann kommt irgendwann mal, dann hat dir viel geredet. Das ist ja gar nicht wahr, so viel geredet und das ist ja Wahnsinn und ich hatte gar nicht rein. Und weil du, wenn du Pausen machst und wenn du langsam redest, ist das a angenehmer für die Zuhörer und b wird es als, ja, einfach als weniger wahrgenommen, weil du einfach mehr Ruhe ausstrahlst. Und durch das Ruhe ausstrahlen, wirst du merken, dass das Ganze für die Zuhörer angenehm ist und für dich das Empfinden weckt, ich habe weniger geredet. Und wenn das für dich interessant war, dann gerne Daumen hoch, du kennst es, den Kanal abonnieren, sodass du noch mehr Videos bekommst, sodass du immer auf dem neuesten Stand bist und Mittwoch, Donnerstag und Sonntag entsprechend das Video siehst, um dich kommunikativ, rhetorisch, ja, und wortgewandter zu machen oder zu entwickeln. Du musst ja aufpassen, der Satz war schon wieder viel zu lang. Okay, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, Zeitfeiern zu machen, hab eine gute Zeit und bis dann.